Eine nagelneue Folge Almost Daily. Erwartet euch jetzt mit fantastischen Gästen, denn wir wollen nochmal zurückblicken auf Hamburg vs. Spandau, das große Event während der Gamevation. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Almost Daily und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier hohen Besuch haben. Die liebe Masat ist dabei, auch bekannt als Maluna. Dann haben wir den Maxim aus Leipzig, glaube ich, zugeschaltet. Stimmt das? Hallo. Nee, ich bin sogar noch in Berlin. Ah, du bist noch in Spandau? Genau. Berlin, ich weiß gar nicht, du hast so viele zu Hause. Du bist überall zu Hause, wo du bist. Das ist richtig. Und natürlich die MVP des Turniers. Chiara ist am Start. Hallo. Man sieht auch da ein bisschen über deinem, links über deinem Kopf sieht man den Pokal. Ich verdecke ihn, nee, jetzt, ja. Ah ja, stimmt. Und Wirt ist auch am Start. Hey Leute. Wer ja sozusagen unser Botschafter war, ähm, in Spandau dort auch ganz viel organisiert hat und das aber natürlich auch aus, also du hast es ja quasi alles, was da passiert ist, aus der Sicht der Spandauer mehr oder weniger mitgesehen, weil du ja die ganze Zeit in Spandau warst. Ich war die ganze Zeit in Spandau und ich hatte dann das Glück, dass ich der letzte Hamburger war, um dann den Preis mit nach Haus zu nehmen. Ja, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie bei einer WM, wenn du nur Auswechselspieler warst und kein einziges Mal mitgespielt hast und den Pokal auch hochheben darfst. Du warst noch nicht mal Auswechselspieler. Ich war nicht mal Auswechselspieler. Ich war, glaube ich, Mannschaftsarzt. Waterboy. Waterboy, irgendwie so. Ja, aber ey, es war auf jeden Fall ein hammergeiles Event. Hamburg vs. Spandau war auf jeden Fall auch richtig emotional. Ihr habt es ja mitgekriegt. Und, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so, äh, Kreise zieht und auch emotional so wird und auch so spannend und eng wird. Wie war das denn, ähm, für euch gerade, äh, die Spandauer, würde ich gerne mal hören, wie das so aus eurer Sicht war. Bist du Anfang, Maxim? Oder? Oh, Ladies first. Okay. Also, für mich persönlich war das ja jetzt mal abseits von der Gamevation auch mein erstes richtiges Event, wo ich irgendwie in einem Studio war und es war super aufregend. Alle waren richtig gut drauf. Es hat super viel Spaß gemacht und es kam ja auch richtig gut bei der Community an, weil es halt auch das erste Mal ist, wo sich auch drei Firmen zusammentreffen und zusammen so was Großes auf die Beine stellen. Also, super exciting. Hat super viel Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Hast du denn Druck gespielt? Du warst ja auch gleich bei der, also beim ersten Matchup Modern Warfare warst du ja schon direkt mit dabei. Ja, witzig. Also, ich hab davor Modern Warfare kaum gespielt. Deswegen war ich schon so, oh oh. Da müssen wir jetzt performen. Vor allem, wir waren auch alle im Team richtig gestimmt. Kalle und Sterzig so, das müssen wir reißen und es muss, es muss klappen. Und ich halt einfach nur so, Leute, wir sind am Anfang. Also, es wird nicht gut gehen, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich meine, alle waren super motiviert und war ja am Ende auch recht knapp. Wobei, die dritte Runde war recht eindeutig, glaube ich. Aber, ja. Aber die erste Runde hattet ihr, die erste Runde hattet ihr gewonnen, auch relativ deutlich. Ja. Dann die zweite war ganz knapp und die dritte, da hatten wir dann irgendwie ... Die war einleutiger, glaube ich. Da haben wir's irgendwie ... Ich glaub, da hat auch Chiara dann irgendwie Blut geleckt und hat einfach irgendwie gesagt, so, ich hab die wachsen dicke jetzt. Alter. Chiara war insane. Also, wirklich. Ich hab mich an den Ping gewöhnt von, keine Ahnung, wie viel Delay wir hatten. Das haben wir gar nicht gesehen. Stimmt, ihr hattet ja so ein 15 ... Jetzt, aber wirklich, Leute glauben, wir übertreiben und haben irgendwie ohne Grund rumgenörgelt. Aber ich spiele seit sehr vielen Jahren Call of Duty und es ist halt einfach ein Host-Game. Und da kam halt einfach der Augenblick, okay, Nörgeln bringt irgendwie nichts. Dann kannst du eigentlich in der Situation nur recht defensiv spielen. Die Map, die letzte kannte ich auch nicht. Die war, es war scheinbar eine neue Map. Und die hat sich da gut geeignet dazu, so ein bisschen in Deckung zu gehen und dann da die Kills zu holen. Also, das war eher der Plan. Ja, Maxim, du hast ja eher ... Du hast das Ganze ja als, naja, objektiver Kommentator ... ... verfolgt. Aber du kennst natürlich auch die ganzen Leute da aus dem Team Spanner. Das sind alles schon ziemlich ehrgeizige Leute. Du bist ja auch mega ehrgeizig. Das hat, glaube ich, auch letztendlich dafür gesorgt, dass aus so einem ... Ja, komm, wir haben da alle mal ein bisschen Spaß, so ein ... Alter, wir müssen hier gewinnen, hier geht's um Leben und Tod-Ding wurde. Das stimmt. Also, das Try-Hard, wie wir es kurz nennen, schwingt halt superhart mit. Das merkt man auch bei den anderen Spielen. Also, als ich C&C und Age of Empires spielen durfte, da schwitze ich natürlich auch hart rein. Und da freue ich mich auch, das Ganze ausdehnen zu dürfen. Bei der Gamevation selber war jetzt natürlich der Kommentarstil nicht wirklich neutral. Das war auch nicht der Plan. Sondern ich freue mich bei beiden. Also, wie gesagt, Chiara anzufeuern, in Anführungszeichen, oder halt positiv darstellen zu lassen, ist ja nicht schwer gewesen. Das ist halt kein Problem, weil das Hauptziel war ja, dass es den Leuten gefällt. Also, das ist so wichtig. Und den Leuten gefällt es dann, wenn es mehrere Bedingungen erfüllt. Und auf Twitch kann man halt entweder supergut sein, oder generell beim Livestream kann man supergut sein. Oder man sagt sich, es ist sehr, sehr Entertainment-lastig. Und wenn es den Leuten Spaß macht, dann ist es auch für mich sehr, sehr leicht zu übertragen. Und deswegen war Call of Duty zum Beispiel, oder die anderen Games, also fast alle Games, bis auf Age of Empires, da ist es ein bisschen schwierig, war es sehr ausgeglichen. Und wenn es ausgeglichen ist, dann macht das Kommentieren Spaß. Und wenn die Leute das mitkriegen, dass das Ganze Freude bereitet, dann hat man auch Spaß beim Zuschauen. Also, für mich ist natürlich so, klar, würde ich gerne sehen, dass Spandau gewinnt. Aber das ist gar nicht so intensiv. Also, wenn man so den letzten Tag mit Max oder auch Kalle geredet hat, die nimmt das mit. Also, das ist halt, ja, Kacke, wir haben verloren. Und da wird nochmal drüber geredet, so, ja, wie hätten wir das machen können, was ist da passiert? Und jetzt, also, ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Spandau die Ping-Probleme wären. Ich glaube, das wäre nochmal ein bisschen krasser. Aber, also, ich verstehe den emotionalen Punkt, ganz, ganz dolle. Für mich war es, für mich war es sehr neutral, für mich haben die Zuschauer das höchste Ranking von allen. Also, ihnen soll es Spaß machen. Aber wenn man im Stuhl, glaube ich, sitzt und dann wirklich die Leute wegballern muss oder Shakes von A nach B bringen muss, dann ist man da aufgeregt und ist natürlich dann mehr dabei. Da will man gewinnen. Und ich finde die Einstellung eigentlich sehr gut. Aber ich glaube auch, dass Spandau richtig auf uns abgefärbt hat. Ich finde, in den ersten Tagen waren einige von uns noch ein bisschen entspannt, so, ja, komm, wir wollen Spaß haben. Aber dann jede Runde, wenn Spandau einen Sieg geholt hat, die haben sich so übertrieben gefreut, dass wir, glaube ich, so richtig motiviert waren, nee, das will ich mir nicht nochmal geben. Und dann war da jeder Feuer und Flamme. Also, das hat, also die Einstellung in Spandau hat wirklich geholfen, dass wir dann noch ehrgeiziger dahinter waren. So ein kompetitiver Charakter ist ja auch was Angenehmes. Also, wie gesagt, so gegeneinander zocken, das macht ja auch Spaß. Und es hätte ja knapp auch nicht sein können. Das war ja, ich meine, gegen Bies Fußball musst du entscheiden. Das ist ja komplett gestört. Ja, ich finde halt auch, also so eine Competition, also, mir wird ja auch immer nachgesagt, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Aber das ist ja eigentlich nur, weil ich es halt ernst nehme und mich auch wirklich ärgere, wenn ich verliere. Und ich finde, nur wenn sich der Gegner ärgert, dann kannst du dich auch über deinen Sieg richtig freuen. Das ist auch eine Frage von Respekt eigentlich, wenn ich irgendwie antrete und sage, ach, mir ist eh alles egal, ob ich jetzt verliere, gewinne. Ist doch alles scheißegal. Das ist, dann entwertet das auch so ein bisschen, finde ich, den Sieg und die Leistung. Entweder man einigt sich drauf, so eine Competition einzugehen und dann muss auch jeder alles geben. Natürlich immer, dass der Spaß im Vordergrund steht, ist klar. Aber ich mag das schon, wenn die Leute irgendwie dann auch in dem Moment einen Tunnelblick haben und sagen, so, jetzt will ich dieses Ding gewinnen. Und das hat uns tatsächlich auch, also mich hat das auch motiviert zu sehen, wie ein Henno oder ein Kalle oder so dann abging. Wie war das denn für dich, Wirt? Du hast ja auch an der Seite von Maxim kommentiert. Du warst ja am Anfang noch, da habe ich noch gesehen, warst du noch so ein bisschen zurückhalten, nur mal gucken, wie das hier so ist. Und am Ende war aber auch bei dir alles draußen so. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Maxim kommentiert habe. Also, dass wir uns noch ein bisschen antasten, haben uns erst mal ein bisschen umgeschaut, beziehungsweise ich habe mich mal umgeschaut, wie es funktionieren soll. Da war dann auch eine gewisse Rollenverteilung vorhanden. Da hatten wir auch schon gesagt, ja, bei Call of Duty kenne ich mich ein bisschen besser aus. Da stellt er die Fragen, bei Age of Empires und Dota, da kennt er sich mehr aus. Da stelle ich dann mehr die Fragen. Und für die Teams, ich muss sagen, sobald Hamburg aufgedreht hat, dachte ich so, okay, wir können es schaffen, wir können es schaffen. Da war ich dann auch wirklich einfach parteiisch. Also, es ging halt auch nicht mehr anders. Das war ja auch eigentlich so geplant, dass ja, wir haben einen Spandauer, wir haben einen Hamburger. Und die müssen halt parteiisch für ihre Teams sein, damit dann irgendwie der Zuschauer für jeden irgendwie was hat. Und es gab aber einen Moment, wo ich dann wirklich Schwäche gezeigt habe. Und das war Dragon Ball FighterZ. Da war ich sehr verzweifelt. Also, Dragon Ball FighterZ, ich konnte nicht mehr. Ich war einfach nur noch wütend, ich war frustriert, ich war traurig. Weil das natürlich ein Spiel ist, was du in- und auswendig kennst. Ja, zum einen das und zum anderen, wie Max Hanno die ganze Zeit ihr auf eine Taste gekloppt habt und ihr einfach nichts machen konntet. Ihr am Anfang drei Son Gokus hat euch so ... Ja, das war so eine Sache. Wir hatten hier Martin, unseren Aufnahmeleiter, der das Spiel wohl auch ganz gut kennt. Und der hat uns noch vor dem Matchup, hat er so uns angeblich krasse Tipps gegeben, die völlig nach hinten losgegangen sind. Weil er so meinte, so, ja, hier, Son Goku ist der Beste, nehmt den mal alle. Dann haben wir alle Son Goku genommen, mit dem Resultat, dass wir nicht mehr wussten, wer gerade kämpft. Weil die auch ... Ich dachte, dann hat vielleicht der eine ein rotes Kostüm und der andere ... Nee, die sahen alle exakt gleich aus. Nee, die hatten minimale ... Für mich sahen die auf jeden Fall, die sehen eh schon alle gleich aus. Und wenn es dann noch mal dreimal der gleiche Charakter ist, kann sein, dass der irgendwo ein Strähnchen anders hat oder so. Aber in dem Chaos und hier fliegen da die Feuerbälle um die Ohren. Und dann haben wir das mit dem Wechseln der Spieler nicht hingekriegt. Und es war ein Heiden-Chaos. Und ich hab's auch ... Simon war richtig sickig, ne? Der war so sauer. Und ich hab dann ... Der hat dann diese Bälle da dauernd kassiert. Oder ich glaub, es war Simon, der sie kassiert hat. Und dann hab ich gemeint, du musst mal wechseln. Und er auch gleich so, was? Ach, komm, halt jetzt mal die Fresse! So, ich hab's ... Also, da war schon ... Man hat sich richtig hilflos gefühlt bei Dragon Ball. Dabei war das eigentlich eine Disziplin, wo ich dachte, da gehen wir als Favorit rein. Ja, also, ich glaube, Team Spandau dachte auch so ... Ich hab ja gesagt, ja, jeder ist gut in Tekken. Und die machen dann so, ah, Kampfspiele sind doch alle gleich. Und das ist keineswegs so. Also, ähm ... Ich glaub, wenn man die richtig kann, dann ist es ... Dann ist da wirklich ... Es sind Kampfspiele ja super kompetitiv so. Also, man kann sich ja unfassbar viel darüber unterhalten. Oder wie wir doch ... Bei Brawler Games ist es ja auch so, dass da wirklich ein krasses Meta und alles herrscht. Aber wir sind halt Kack-Noobs. Also, ich mein, ich werd das Bild nie vergessen, wo Max einfach ... Ich mein, sein Controller lag auf dem Tisch. Er hat nämlich mal in der Hand und drückt B. So, aber halt nicht so, so entspannt, sondern ... Also, der Finger war ja genau so. Die Aufruhr im Live-Chat war auch insane. Also, die Leute sind ausgerastet. Emotionaler Zusammenbruch im Twitch-Chat. Aber das war ... Von dem Entertainment-Faktor her ist das eine 12 von 10 so. Also, das ist halt unnormal. Aber aus Hamburger Sicht natürlich klar. Ey, das ging auch so schnell, ne? Also, du hast da so ... Du hast gedacht so, naja, okay, jetzt mach ... Also, wenn er jetzt noch mal diese Feuerbälle ... Ja, nee, gib mir noch mal. Das war's. Also, du war ... Das ging so schnell irgendwie vorbei. Und das war richtig ... Da hab ich echt gedacht, das kippt jetzt auch so stimmungstechnisch. Es war auf jeden Fall gut, dass ich dann erst mal zwei Matches ausgesetzt hab. Weil ich war moralisch erst mal so ein bisschen angeknackt. Aber das war doch so ein Spiel, wo dann nach Spandau den Matchball hatte, oder? Dota, meinst du? Nee, also, ich meine jetzt Dragon Ball. Was wurde denn da vorgespielt vor Dragon Ball? Shakes on the Plane? Ach, Dragon Mania, glaub ich war noch. Nee, Track Mania. Shakes on the Plane. Shakes on the Plane. Und Team Fortress war dann das Spiel, wo ihr dann eine Runde gewonnen und eine verloren hattet. Beziehungsweise, nachdem ihr einmal verloren hattet, hieß es ja Matchball für Spandau. Und für mich war nach Dragon Ball Fighters war für mich so ... Ach, stimmt, Dragon Ball war ja am Ende, das war ja gar keine Einzeldisziplin. Da dachte ich so, das wird nichts mehr mit Hamburg, aber das laber ich, ja. Ich hab auch echt gedacht, wir verlieren Team Fortress. Weil ich glaube, keiner von uns hat das hier richtig gespielt je. Und ich dachte mir, okay, Spandau, die spielen noch alle guter. Die kennen sich da sicherlich aus. Nee, wir hatten das auch alle nicht gespächt. Aber die haben wir verloren, die erste Runde, ja. Es fing ja auch nicht gut an. Wir haben die erste Runde verloren. Und es war auch ein bisschen chaotisch. Und ich war mir auch die ganze Zeit nicht sicher, wer eigentlich gerade führt oder ob wir gut sind oder ob wir schlecht sind. Gesundheit. Also bei Team Fortress, und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass wir das gewonnen haben, als es dann so hieß, ja, wir führen, wir führen. Und ich so, echt, wir führen? Es hat sich aus meiner Sicht nicht so angefühlt, weil ich mehr am Respawn war, als am irgendwie was dazu beitragen. Ja, mir wurde es erklärt wie Overwatch. Entschuldigung. Mir wurde es so ein bisschen erklärt wie Overwatch. So, ja, du kennst doch Mercy. Und die macht dann die Heal dann. Und dann rennst du einfach hinterher. Und der, und dann, ich weiß, okay. Das war so. Ich finde tatsächlich, weil ich hab das auch immer gehört, es ist wie Overwatch, beziehungsweise Overwatch ist wie Team Fortress, damit die Fans jetzt nicht haten. Aber ich finde, es ist halt ein paar weniger Kniffe. Und ich hab mich halt immer gefragt, hab ich jetzt irgendeine Special-Fähigkeit wird? Hat mir dann gesagt, hattet ihr eigentlich euren Super-Heal? Weil ich zu Trimax gesagt hatte, hey, bitte bleib bei mir. Ich hab halt in Heavy gespielt. Ich hab eh mehr HP. Dann boostet er mich noch mal hoch. Aber scheinbar kann er mich unsterblich machen. Das wusste ich nicht. Das haben wir gar nicht genutzt. Und ja, dieses Wissen, was gefehlt hat. Okay, haben wir noch irgendwelche Fähigkeiten, die mega krass sind? Und ich glaube, keiner von uns wollte Engineer spielen. Ich weiß nicht, ob zum Schluss irgendwer Engineer war. Doch, ich hab auch am Anfang Engineer gespielt und hab diese Dinger da aufgebaut, die Turrets. Dann wurden die sofort zerschossen. Dann war auch erst mal Frust. Ich hab einmal den Spion gespielt, der sich ja unsichtbar ... Genau, unsichtbar machen kann. Und der kann sich verkleiden als einer von den Gegnern. Das hab ich einmal gemacht. Und das war lustig. Und dann hab ich den gegnerischen Engineer, bin ich einfach auf den zugelaufen. Der dachte, ich bin ein Teammate, hab den abgestochen. Und was ich aber nicht wusste, der hatte sein Turret gesetzt. Und was ich nicht wusste, ist, dass in dem Moment logischerweise das Kostüm wieder ausziehe, ballert das Turret auf mich. Und dann hab ich gedacht, ich hab den ja umgebracht, dann kann ich ja jetzt das Kostüm aufgeben. Und zack, war ich instant tot, weil das sofort das Turret sich auf mich gedreht hat. Also, es sind so kleine Sachen, die man halt auch überhaupt nicht weiß. Und bei Overwatch ist es ja auch so, dass die Map viel größer ist und weitergeht. Und da war das ja immer so ein zentraler Punkt, um den sich mehr oder weniger alles gedreht hat. Und dann sind von allen Seiten die Leute gekommen ... Ja, ich hab King of the Hill gespielt. Also, es gibt halt auch diesen Payload wie bei Overwatch. Ah, okay. Aber wir wollten die Zeit ja nicht irgendwie noch unnötig strecken. Es war ja schon ein bisschen länger als erwartet. Deswegen wurde für King of the Hill sich entschieden. Aber hier noch mal richtig Props an Kalle. Der hat ja mir der Sniper richtig abgeliefert. Ich dachte, wenn den jetzt nicht mehr jemand tötet, dann sehen wir kein Land mehr. Und Valentin hat, glaub ich, dann auf Scout gewechselt. Ich weiß nicht, wer ihn zum Schluss ausgeschalten hat. Aber es hat uns das Leben gerettet. Ich hab mich dann auch hinter dem Sägeblatt ganz nett versteckt und bin nach rechts und nach links gelaufen, nur um mit der Deckung laufen zu können, damit Kalle mich nicht erwischt. Der Hammer. Ja, Kalle und Max waren richtig an der Front insane. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen, weil wir haben unentschieden gespielt, ne? Ja, genau. Und wenn wir verloren hätten, hätten wir dann schon ... Wär's dann schon ganz vorbei gewesen? Ja. Also war das ja mega knapp. Und da ging's ja um alles. Wir machen kurz mal einen Spot Werbung. Und danach reden wir natürlich über das große Finale bei Gangbeasts mit unbekannten Ausgang. Willkommen zurück bei Almost Daily. Wir sprechen über Hamburg versus Spandau, die große Competition im Rahmen der Gamevasion. Jetzt haben wir schon über ganz viele Disziplinen gesprochen. Bevor wir allerdings zum großen Gangbeasts-Finale kommen, wir haben ja noch über Dota zum Beispiel gar nicht gesprochen. Das war ja auch noch mal, ähm, ja, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Denn, ähm, zum einen muss man sagen, war da auch die Zusammenstellung der Teams. Ich weiß nicht, wie's bei euch war, aber wir hatten zum Beispiel mit Nils natürlich jemanden in dem Team, der bis zu dem Tag, glaub ich, noch nie das Wort Dota gehört hatte. Und dementsprechend überfordert war. Ähm, es gab großes Gelächter, als er noch nicht mal gewusst hat, wie man auflevelt, also seine Skills levelt. Oh. Ähm, und er hat das aus seiner Sicht, ich hab dann mit ihm gesprochen, und er hat das aus seiner Sicht gesagt, na ja, sein Team, die haben alle gesagt, na ja, dann hängst du, mach einfach, was wir machen, häng dich an uns. Und mit dem Startschuss waren alle weg und keiner hat sich mehr um ihn gekümmert, weil sie ihn auch alle als Ballast gesehen haben und waren alle so im Tunnel, dass keiner mehr dem Nils irgendwas gesagt hat. Und er ist dann mehr oder weniger orientierungslos über die Map gegurkt. So war das aus Rocket Beans Sicht. Wie war das bei euch? Konntet ihr alle Dota, oder was? Also, die Leute, die gespielt haben am Donnerstag, die konnten alle mehr oder weniger League of Legends, glaub ich. Aber Dota war, glaub ich, keiner so richtig bewandert von. Also, so ... Wie ist das denn, Maxim? Kann man, wenn man League of Legends hat, kann man da irgendwas übertragen von Dota, jetzt mit Ausnahme, dass es Lanes gibt und irgendwas zerstören muss, oder ist das eigentlich ein komplett anderer Schnack? Es ist schon ein hart anderer Schnack so. Also, dass man die Grundmechaniken dahinter versteht, ja. Und das ist wahrscheinlich so, wenn du FIFA spielst, kannst du Pro Evolution Soccer oder so zocken. Aber es ist halt irgendwie trotzdem ... Also, einige Dinge fühlen sich identisch an, aber es ist wirklich ein ganz anderes Spiel. Also, man merkt von den beiden Games, wer der Vater auch war oder ist. Und ich habe vorher versucht, in so ein bisschen ein paar Tipps zu geben, welche Charaktere sie nehmen können, sollten. Also, auch damit ich es besser kommentieren kann, weil mein Dota-Wissen, das wurde mir dann auch im Nachhinein, oder das wurde mir auch im Vorhinein gesagt, ist ja fünf Jahre alt. Das heißt, ich konnte es kommentieren, ich konnte viele Dinge sagen, aber viele Dinge sind auch sehr, sehr outdated gewesen, was eigentlich mehr zu mehr Lachern geführt hat. Also, es war diesbezüglich total in Ordnung. Aber es fühlt sich schon ganz, ganz anders an. Also, gerade Sola, der ja wirklich aktuell die höchste Elo von uns hier im Büro, sage ich mal, in League of Legends hat, also ist der beste Spieler, kann man sagen. War da vollkommen verloren. Was sind denn die Kernunterschiede jetzt mal für einen Laien wie mich, der beides nicht gespielt hat? Also, Dota-Games gehen wir erstmal grundsätzlich länger. Also, von dir wird mehr Ausdauer gefordert. Dota hat ein anderes Sichtsystem und ein anderes Klippensystem. Das heißt, in League of Legends gibt es Büsche, da kann man nicht reingucken. Und wenn man drin ist, ist man unsichtbar. Und in Dota gibt es quasi, du kannst nach oben und nach unten kämpfen. Es gibt also den Obi-Wanschen Highground und der kann wirklich gut genutzt werden. Also, entsprechender Schaden wird reduziert. Die Shops sind anders in Game. Du hast quasi einen Shop zu Hause und du hast noch mehrere Shops auf der Karte. Glaube ich, dass es immer noch so ist. Dann hast du dieses Transportsystem. Das bedeutet, in League portest du dich ja oft zurück und heilst dich da, kaufst ein und dann gehst du gestärkt auf die Lane. Und bei Dota kann man das so ein bisschen hin und her packen. Und aus League of... Also, wenn man das Spiel nur mit Dota anfängt oder nur mit LoL ist das fein, aber das Ganze zu kreuzen ist einfach unfassbar gefährlich. Also auch Türme zum Beispiel. Kein Dota-Spieler erträgt die Türme in League of Legends. Und umgekehrt denkt natürlich Sola, ich stehe unter dem Turm und bin geschützt. Na, der passt auf mich auf. Ist halt nicht wahr. Der Turm ist halt so... Der ist so ein Beiwerk. In League of Legends schießt sich der Turm nach zwei Schüssen weg. So, da bist du tot. Und in Dota kann man den gefühlt nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten ignorieren. So, da kann man die Leute halt bedrohen. Da kann man die diven. Und an diesen Schutz, an den Sola gewöhnt war, der musste ja wirklich gegen Steffen spielen. Das ist halt auch Kacke für ihn gewesen, weil er wirklich gut war. Und solche Denkweisen fallen dann weg. Wenn du normalerweise weißt, ich muss nur am Turm stehen und ein paar Minions töten, kriege Geld, ist kein Problem. Und Steffen killt den halt nach zehn Minuten. Unter seinem Punkt. Das war für mich zum Beispiel auch komplett neu, dass, wir nennen ihn ja immer Holzfäller-Steve, dass der Steve so eine Maschine ist in Dota, das ist mir völlig unbekannt gewesen. Der ist nicht nur in Dota, der spielt ja auch Shooter. Also, da ist er auch richtig gut. Ernsthaft? Rainbow Six und so. Trackmania auch. Trackmania ist auch gut, Valorant ist auch gut. Ich hör das alles zum ersten Mal. Der Typ ist eine Maschine. Der wusste ich gar nicht. Der redet da nie. Ein stiller Riese. Ja, ein stiller Riese. Aber das war natürlich krass. Dann hatten wir natürlich beim Dota-Match diese Geschichte, dass Hanno ausgetauscht werden musste, wo man natürlich sagen muss, da konnte Hanno am allerwenigsten dafür, denn wir haben einfach bei der Gamevation ganz viele auch verkaufte Items gehabt. Also, verkauft heißt in dem Fall Sendungen mit festen Sponsoren, die dann auch zu festen Zeiten stattfinden mussten mit gewissen Leuten. Und da war einfach auch Hanno einer, der ganz viele Sachen da auch wegmoderiert hat. Und er musste dann einfach pünktlich aus dem Set raus. Das war einfach so, das ist halt auch schwer, so vom Timing her 100 Prozent alles dann so hinzukriegen. Und wurde dann ersetzt durch Michael Hänisch. Der war natürlich für alle ein unbeschriebenes Blatt, hat aber dann mehr oder weniger, muss man so sagen, Spandau den Win eingewechselt, weil der hat einfach komplett rasiert. Ja, also er bringt halt sehr, sehr viel Erfahrung mit. Und für das Spiel, es war halt, wie gesagt, schwer zu planen. Ich weiß, dass diese Aufwechslung, für uns ist das eine mega krasse Storyline gewesen. Also, ich habe den Chef noch nie spielen sehen. Also, not even close. Also, Max hat es ja quasi auch schon den Tagen danach so ein bisschen berichtet. Er ist ein sehr, sehr, sehr zurückhaltender Mensch diesbezüglich. Also, auch nicht auf irgendwelchen Aftershow-Partys oder so. Und er musste richtig lange überzeugt werden, dass er das macht. Also, man wusste ja schon, Max muss gehen. Weil normalerweise wäre das Dota-Match schon nach 20 Stunden vorbei. Das war ja noch die schnelle Variante vom Spiel. Das war ja ein anderer Spielmodus, wo Leute noch nie gesehen haben, dass das 40 Minuten gehen kann. So, meistens ist es nach 20 vorbei. Und es musste wirklich sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und er hat das dann quasi gemacht, aber halt offensichtlich viel Dota-Wissen mitgebracht. Also, wenn man halt E-Sports in Deutschland mit aufbaut, will ich mal sagen, dann hat man natürlich die eine oder andere Stunde schon reingesteckt. Aber, damit das jetzt nicht so übelst unfair klingt, hat er nicht mit den normalen Settings gespielt. Er hat quasi Max-Settings gehabt. Und das ist für ihn eine Katastrophe, weil er halt vor sehr langer Zeit Dota gespielt hat. Das heißt, bei ihm war zum Beispiel Linksklick laufen. Was ja keiner macht. Normalerweise läuft es immer mit Rechtsklick. Und er hat irgendwie ganz viele Sachen auch umgestellt. Also, er hat sich hingesetzt und so, oh mein Gott, ich kann hier gar nichts. So, er musste halt legit 5000 Sachen erstmal ändern, bevor er richtig mitspielen konnte. Also, da nochmal Props an ihn, dass er das so umgestellt hat. Aber für uns, also aus Freaksicht, ist das irgendwie was Tolles. Also, wenn dein Käpt'n, sag ich mal, nicht nur quasi den Laden an sich leitet, sondern auch ingame tolle Szenen feiert oder sogar wirklich einen krassen Beitrag zum Sieg geleistet hat, dann ist das aus unserer Sicht cool. Aber mal unter uns, gibt es jetzt ein paar LoL-Spieler bei euch, die jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind und sagen, hey, Dota ist eigentlich ganz geil? Ich glaube, eher abgeschreckt. Also, ich finde es schade, weil Dota ist das bessere Game. Also, Dota ist heftiger gebalanced. Also, alles da ist übertrieben. Und Riot schaut sich, also, beide schauen sich voneinander viel ab. Also, LoL von Dota und umgekehrt. Also, Dota möchte so ein bisschen sein wie LoL. Und League of Legends sagt sich, na, ein paar Sachen können wir so übernehmen. Aber Dota ist das schwerere Spiel, Fakt. Und es ist das Spiel mit mehr Tiefe. Auch das ist faktisch belegt. Punkt. So, da gibt es keine Diskussion. Aber dadurch macht es schwerer. Also, du kannst ja eigene Minions last hiten. Du hast eine Drehgeschwindigkeit. Also, wenn du einem Helden sagst, geh mal bitte in die andere Richtung, muss er sich umdrehen. So, das landet diese Risik. Kann man sich so einkalkulieren, ja. Ja, das muss man wirklich einkalkulieren. Deswegen gibt es ja in League of Legends quasi das, was Sola gespielt hat. So ein AD-Carry mit so einem Bogen. Steht von Weiden, schießt rum. Das gibt es ja in Dota. Es ist ja metamäßig fast gar nicht präsent. Weil die so hart umgeklatscht werden von allem. Weil die anderen Sachen so viel stärker sind. Also, ich feiere Menschen, die beides können. Aber die Dota-Spieler werden die Besseren sein. Ich glaube auch ehrlich, für einen Dota-Spieler ist der Einstieg in League of Legends wesentlich einfacher als umgekehrt. Also, als gebürtiger LoL-Noob kann ich nur sagen, diese ganzen neuen Faktoren, die dazukommen. Ich dachte immer, LoL wäre schon komplex. Aber dass du deine eigenen Minions last hitten kannst und diese ganzen neuen Dinge, die das Spiel komplett verändern, das ist halt echt viel auf einmal. Also, ich glaube, da ... Also, auch, dass du den Towerschutz nicht hast, wie Maxim gerade erklärt hat. Also, das wäre halt super überfordernd, glaube ich, in den ersten Moment. Dieses Minions last hitten, das bedeutet, ich kill die selber, damit der Gegner sie nicht killt und keine Erfahrungspunkte kriegt. Ja, keine Erfahrung und kein Gold. Das ist halt ... Also, das sieht ein League of Legends Player und denen fallen die Augen aus. Ja. Du kannst dich auch reinkaufen. Auf jeden Fall. Naja, das bedeutet halt noch mal unfassbar viel mehr Makro-Management, oder Mikro-Management besser gesagt. Weil du noch mal diese ganzen kleinen Einheiten, die sonst eher so ihr eigenes Ding machen, wo du dich nicht drum kümmern musst, die musst du auch noch im Auge behalten und managen. Das war ja auch für mich ganz neu, dieses Reinkaufen und dass du die Gebäude unsterblich machen kannst. Ja, das gibt's auch nicht. Was zum Teufel? Es geht ab in diesem Spiel. Ja, da kommen halt diese ... Man merkt halt, dass Dota ursprünglich aus Warcraft entstanden ist. Also, aus Warcraft 3. Ja, aus 3. War eine Mod für Warcraft 3. Und da merkst du halt auch noch mal diese ... Weil bei Warcraft 3 hast du ja auch dieses unfassbar krasse Micromanagement mit den ganzen Einheiten. Und musst da ja auch, wenn da zwei Armeen aufeinander kommen, die Profis ... Ich weiß, das war ich früher bei Giga E-Sports hab ich viel so Warcraft-3-Matches gecastet. Und dann war's halt wirklich so, dass du da eine Armee von Zwergen auf eine Armee von Spinnen und dann die eine Spinne, die schon gelben Energiebalken hat, die wird dann rausgepickt und wieder zurückgeschickt, damit der die Einheit nicht verliert. Also, die haben jede einzelne Einheit von 50 Figuren, die da auf dem Spielfeld rumtrüben, haben die im Auge, um dann die, die wenig ... Weil die werden natürlich dann vom Gegner sofort getargetet, damit der einen nach dem anderen vernichtet und so. Also, es ist absurd, wie viel Skill da dazugehört. Aber mich erinnert das auch so ein bisschen an, wir hatten früher auch so diese Competition zwischen Unreal Tournament und Quake. Da war auch immer so ein bisschen so die Communities, wer ist der bessere Shooter und wer ist der skilligere Shooter? Und das ist immer so, bei so Spielen, die so ganz ähnlich sind, lässt sich das wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Ich fand's aber auf jeden Fall megaspannend zu sehen. Und Michael hat ja dann auch so einen geilen Move gemacht, also, korrigier mich, Maxim, wenn ich's falsch wiedergebe, aber es war irgendwie so, alle dachten, er ist tot, aber dann hat er sich revived. Und dadurch, dass alle ihn mehr oder weniger nicht mehr beachtet haben, konnte er dann am Ende irgendwie abruhlen oder irgendwie so war das. Nee, er hat sie halt abgelenkt. Also in Mobile-Jargon spricht man so von dem sogenannten Backdoor, dass du quasi gar nicht den Kampf suchst, sondern das Ziel des Spiels ist ja nicht, sich gegenseitig zu töten. Genau. So, das Ziel des Spiels ist ja quasi, den Ancient, also das Hauptgebäude zu zerstören. So kann man's, glaube ich, gut zusammenfassen. Und manchmal kann man halt den Gegner gut ablenken und Sola und Velafe konnten währenddessen das Hauptgebäude zerstören. Und das hat der Micha gut gemacht, weil er aber auch das Spiel kennt. Also der wusste, dass wenn man den Roshan killt, also dieses megagroße Monster, was ja Spandau zweimal gemacht hat, und dieses Ding lässt ein wichtiges Item fallen. Und Spandau war ohne Michael so dumm, die haben das nicht mal eingesammelt. Oh Gott. Weil die das nicht wussten. Oh nein. Weil in LoL killst du den Baron, also den Gegenpart, und dann ist dein ganzes Team super stark, alles verbessert sich quasi. Und in Dota musst du diesen scheiß Gegenstand einsammeln. Der liegt da riesengroß da. Wir haben uns da auch megakras im Cast darüber aufgeregt. Und die haben's dann nicht gemacht. Oh Mann. Und dieser Gegenstand sorgt dafür, dass du komplett, wenn du stirbst, wirst du nach fünf Sekunden oder nach ein paar Sekunden an dieser Stelle nochmal neu wiedergeboren mit vollem Leben, vollem Mana. Und das hat er dazu geführt, dass er volle Wucht reingeht, hat ein paar Sekunden erkauft, ist gestorben, ist wieder reingegangen, hat wieder ein paar Sekunden erkauft, und dann hat er sich nochmal reingekauft und hat wieder die Basis verteidigt, während Sola und Velafe beendet haben. Und das war ein, es sah erst dumm aus, aber es war ein geniales Ablenkungsmanöver, um das Spiel wirklich von der unteren Lane da zu beenden. Ja, es wäre für mich interessant gewesen, wenn wir die Chance gehabt hätten, Nils gegen einen auszutauschen und der nur ein bisschen Ahnung von diesem Spiel hätte, dann hätte das schon was anderes werden können. Und ich fand es so lustig, als man dann wirklich da unten diese Pluszeichen, oder was das war bei Nils, wo du gedacht hast, Alter, Digga, drück die mal. Die blinken da auch die ganze Zeit. Und er drückt einfach nicht drauf. Ja, aber fürs erste Mal war das schon gar nicht so schlecht. Also wenn man bedenkt, wenn man das noch nie gespielt hat, das ist so, wenn du einen Dreijährigen sagst, jo, spiel jetzt 3D-Schach so. Das ist, es fühlt sich genau, er kann die Figur mit der Hand halten und kann die irgendwo hintun, so, aber es ist, es ist, also er hat das da schon, er hat ja auch viele Sachen, also Spells, die er hatte, ja benutzt und getroffen. Es ist bloß auch wirklich schwer, weil das Spiel einen fordert, auch jemand neben sich, Entschuldigung, jemand neben sich zu haben und ihm zu sagen, ja, mach jetzt das. Mach jetzt dies. Und sich gegenseitig zu helfen. Also wir haben auch noch die Scheiben und so dazwischen. Also das ist ja, es ist ja nicht mal böse gemeint. Und ich fand es halt auch schade, dass Hamburg ihn nicht mehr bei der Hand genommen hat. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, jemanden bei der Hand zu nehmen, während du quasi auf einem Trampolin und einem Elefanten unter dir Ballett tanzen musst. Das finde ich halt das Problem an diesen MOBA-Spielen, die ich eigentlich super interessant finde. Gerade weil ich, wie eben schon gesagt, bei Warcraft 3 mochte ich das mit den Helden, aber nicht, dieses Micromanagement hat mich überfordert. Deshalb finde ich das eigentlich ganz geil. Nur, ich habe früher mal so ein bisschen Madota reingespielt oder auch mal ganz in der Anfangszeit League of Legends. Und du wirst ja als Newbie, wirst du ja so weggeflamed vom Rest der Mannschaft, weil du bist als Mannschaft natürlich immer nur so gut wie das schwächste Glied. Und wenn du dann als Neueinsteiger da reinkommst, die disconnecten oder die schreien dich an und so. Und das hat mich dann sofort, weiß ich nicht, da habe ich es dann nie wieder angerührt. Da fehlt mir noch so ein bisschen, die Einstiegshürde ist irgendwie richtig groß bei diesen MOBA-Spielen, habe ich das Gefühl, wenn du nicht mit vier Kumpels spielst, die alle auf gleichem Niveau sind. Es wäre auch ein Spiel, was ich zum Beispiel nie spielen würde. Wenn es für mich komplett neu wäre, wo ich mir denke, ich muss 140 Milliarden Champions lernen, sonst wie viele Fähigkeiten, also ganz viele, die auch zum Beispiel bei LOL eine Pause gemacht haben für ein paar Monate, kommen zurück zum Spiel und werden halt weggebombt, weil sie nicht wissen, was der Gegenüber gerade macht. Oder was er quasi achten muss. Also ich kann definitiv bestätigen, dass es unfassbar Einsteiger unfreundlich ist. Also wenn man einmal drin ist, ist es geil. Aber wenn man das neu lernen muss, holy shit, ich würde es legit nicht machen. Ich weiß noch, damals habe ich angefangen, LOL zu spielen und meine Freunde wollten legit nicht mit mir spielen, weil ich zu schlecht war. Und ich habe, glaube ich, mindestens ein Jahr gebraucht, um überhaupt das Spiel komplett zu verstehen. Also es war zu komplex für mich und auch heute bin ich immer noch schlechter als meine Freunde. Also liebe Grüße, wir werden nie miteinander spielen, glaube ich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der negative Part an Competitive-Spielen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie geil es ist, wenn man so richtig drin ist in einem Spiel und es so richtig abfeiert und mit Ehrgeiz rangeht. Wenn der Ehrgeiz halt zu viel wird, was halt bei vielen der Fall ist in so kompetitiven Spielen, dann übernimmt das so ein bisschen Überhand und dann vergisst man so quasi auch so ein bisschen, dass man eigentlich Spaß haben wollte beim Zocken und wird dann so fokussiert aufs Gewinnen, dass man halt aggressiv wird oder dass die Emotionen Überhand gewinnen an der Stelle. Ja, das ist diese Grauzone zwischen Online-Gaming und E-Sport. Ich kenne das noch von meiner Quake-Zeit, wo du dann irgendwann in Gefilde kommst, wo es dann so semiprofessionell wurde und wir hatten dann irgendwie dreimal die Woche feste Trainings. Also weiß ich nicht, Montag, Mittwoch, Freitag, 15 bis 18 Uhr war einfach Training. Also wie andere in Sportvereinen gehen, haben wir da wirklich dann uns getroffen. Und du musstest dich an- und abmelden und es wurde geschimpft, wenn du nicht zum Training gekommen bist und so Geschichten. Und am Wochenende waren dann natürlich dann die Ligaspiele, wo es dann auch hieß, bitte geh mal heute früh ins Bett. Also da war dann nicht Freitag Party machen, wenn am nächsten Tag ein Quake-Match war oder so. Also es wurde dann schon sehr ernst genommen und irgendwo hat es dann bei mir dann auch aufgehört, wo ich gesagt habe, ja Leute, also ganz ehrlich, ich will ja immer noch Spaß haben mit dem Ding. Aber es gab dann eben auch die paar, die es halt durchgezogen haben und dann auch durch Deutschland getourt sind, auf Turniere gegangen sind, auch Geld damit verdient haben und so. Also das ist krass. Das finde ich jetzt krass, weil ich fand das eigentlich ganz cool, weil die Leute da gechillter waren, wenn du Ranked spielst online, da hast du die ganzen toxischen Leute, die die Schuld immer auf dich schieben und sagen, Alter, ey, in Overwatch gib mal Heal und du denkst, ja, du bist ganz alleine beim Gegner oder mach mal mehr Schaden als DPS und so weiter und so fort. Und da fand ich es halt cool, wenn du dein eigenes Team hattest mit Liga-Turnieren und so weiter. Da war jeder gechillt drauf, weil du als emotionale Person einfach nicht vorankommst. Da kann das Team nicht kommunizieren und so konnte jeder seine Emotionen unter Kontrolle halten. Außen waren halt pure Amateure. Aber das fand ich halt cool. Ja, Premades, die sich auch gegenseitig anschreien, sind ja auch uncool. Also, wenn sich Randoms anschreien und fertig machen, ist ja eine Sache. Aber wenn du mit Leuten Premade quasi in ein Game reingehst und die sind dann auch toxik, das ist natürlich ziemlich blöd. Ja, wir hatten die Situation bei Gangbeasts, glaube ich, wo Valentin aus Versehen runtergefallen ist. Ja, das war aber auch schnell wieder weg. Ich hatte einmal Valentin nicht angeflaumt, aber ich sag mal höflich gefragt, was er sich denn bei der Aktion gedacht hat. Das war diese eine Aktion, wo in diesem Rundschornstein oder was das war und wir waren irgendwie drei gegen eins, glaube ich, noch und der letzte hing schon nur noch so mit einem Arm da dran und einer von uns hat gehauen und ich war schon weg und ich hab gesagt, ja, Valentin, geh doch und hilf ihm. Und Valentin ist hingegangen und gerade, es war natürlich auch schlechtes Timing, in dem Moment ist der Spandauer runtergefallen und aus irgendeinem Grund, also ist der Spandauer mit dem, der ihn getreten hat, runtergefallen und wenn Valentin einfach stehen geblieben wäre, hätten wir die Runde gewonnen und Valentin ist einfach mit runtergesprungen. Das kam mir zum Unentschieden dadurch, das kam mir nicht her. Das war so, in dem Moment war ich so geschockt, weil ich hatte schon diesen Sieg vor Augen und dann ist er damit runtergesprungen, Valentin, was machst du? Und Valentin war natürlich auch, der hat das ja nicht extra gemacht, ne? Und Gangbeast ist ja so komisch zu steuern und teilweise bist du ja nicht wirklich immer Herr der Situation, immer nur so ein bisschen zu, also du bist ja immer nur ungefähr, weißt du, was dein Typ macht, aber nie so richtig. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich hier machen? Ich kann doch nichts machen! Das war aber nach einer Minute wieder ... Ja, aber ich hab Valentin halt noch nie so emotional erlebt. Ich auch nicht. Und ich dachte so, ey, bitte jetzt nicht im Finale quasi, oder kurz zum Finale, aber ich fand das super. Nicht durchdrehen. Und ich so, Leute, das ist Unentschieden, das ist alles okay. Ja, aber so muss das sein. Das war auch so ein Wake-up-Call und ich glaub, das war, da hat er auch die Ernsthaftigkeit, in dem Moment hat er sie richtig wahrgenommen. Ich frag mich, was Trimax die ganze Zeit gedacht hat. Ich glaub, da saß du da und hat uns angelächelt, so, man sind die bekloppt. Keine Ahnung. Ja, Trimax, das Trimax ist eh noch nicht so schlau. Der ruht in sich selbst, der ist so ganz ruhig und so. Ich hatte einmal, gab's so eine Situation, da hab ich zu ihm gesagt, ey, Trimax, lass dich doch nicht von Rehwi dauernd so ... Lass dir das doch nicht alles gefallen. Und er so, hm, mach was. Ja, mach doch nicht. Ich glaub, Trimax hat er, glaub ich, das dickste Fell der Welt. Also ihm ist das, ihm ist das, glaub ich, buchstäblich egal. Das prallt echt ab. Alles. Und ich finde, er war bei dem gesamten Event so ein richtig krasser Comedy-Faktor. Ich fand's so witzig, es sah teilweise aus, als hätte er ein Free-Screen, weil er sich nicht bewegt hat, wenn er gezockt hat und hatte so diesen konzentrierten Blick und er hat sich einfach null geregt und Leute so, ist der Stream kaputt? Ist alles okay? Ja, das Ding ist halt, also er tryhardet halt wirklich. Also wenn er weiß, so bei Shootern, da ist er definitiv mit dabei, aber so, keine Ahnung, also man muss halt bei vielen, also schlagfertig war er, finde ich, bei dem Cast, als er dann selber kommentieren durfte, die Championships. Die Championships, ja. Das war mega gut, ich hab da nochmal viel reingehört, da konnte er natürlich dann sich entsprechend auslassen, aber ich glaube, er hat einen permanenten Puls von 60. Er ist ein giga entspannt und wenn's drauf ankommt, macht er so, aber ich muss halt immer noch lachen, wenn ich daran denke, wie er, ich glaube, das war bei Call of Duty, wo er so erklären musste, wie gut bist du denn? und dann sagt er dann, ja, ich hab das schon seit 10 Jahren gespielt und jeden Teil und ja, bin ganz okay. Das war halt so ein geiler Abschluss. Ich hab mir kurz überlegt, ob das mein letzter Satz bei der, bei der Abmoderation der Gamevation wird. Ja, er ist einfach so ein richtiger Knuddel. mitgearbeitet, das war super sick, alle sind glücklich, war ganz okay. Das war, es war einfach, er ist halt wirklich witzig. Ja, und er ist wirklich so ein ganz eigener Typ und das hat echt Spaß gemacht mit ihm. Mir hat's ein bisschen leid getan, dass wir ihm dann im Finale nicht so oft eingesetzt haben, weil wir haben dann immer gefragt, ja okay, wer ist denn gut in dem Spiel und er hat bei jedem Spiel halt gesagt, das hab ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann spielen Chiara und Simon oder so. Weil an der Stelle muss man natürlich sagen, wenn wir nochmal auf das Entscheidungsmatch kommen, das Fußballspiel, da kommt mir ein bisschen, die Rolle des Trainers kommt mir ein bisschen zu kurz, des Teamcaptains. Was hast du denn so gemacht? Naja, ich hab... Etienne hat uns so angefeuert. Also, Moment, wenn Jürgen Klopp einen Spieler einwechselt, der drei Tore schießt, dann sagt auch, genau, der hat genial eingewechselt. Und ich mein, Simon bei einem Fußballspiel einzuwechseln, dass, den Mut muss man erst mal haben. Das hast du entschieden, weil ich hab mich da gewundert, ich dachte so, ich hätte jetzt Valentin genommen. Ja, Valentin versteht auch nichts. Simon hat gut abgeliefert, der hat doch Henno, glaube ich, ausgespielt und dann sich voll cool mit einem geilen Breakdance-Move gerettet bei Gangbees. Das war der Hammer. Er hat Henno in der Hand gehabt, da hat er irgendwie auch Kalle in der Hand gehabt und du konntest einfach rein. Mein Vorteil war natürlich, dass ich schon oft mit Simon Gangbees gespielt hab und ich weiß, dass er zumindest weiß, wie man einen tierisch nerven kann in diesem Spiel. Und das hat er ja dann auch im Fußballmatch genau gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob er das mit dem Ball checkt. Das hat aber Chiara gecheckt. Aber was er gecheckt hat, war einfach die anderen beiden, also Kalle und Henno, einfach irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Das war aber jetzt nicht geplant. Das hat er einfach instinktiv gemacht. Plötzlich steht er da oben in der Ecke und hält die wie Bud Spencer, beide einfach so fest. Und die konnten quasi nichts machen, während Chiara ein Tor nach dem anderen geschossen hat. Und das war schon sehr emotional, muss ich sagen. Ja, da hab ich's auch live mitbekommen, dass Kalle und Max erst gar nicht gemerkt haben, wie sie den Ball so führen können, wie Chiara ihn geführt hat. Sie hat ihn ja so sehr ... Hast du noch festgehalten? Ja, irgendwie elegant geführt. Ich hab's am Anfang auch nicht gecheckt. Erstmal wusste ich nicht, wer ich bin und bin erst mal selbst ins Tor gelaufen, mein eigenes. Und dann wollte ich ihn aufheben, hab mich gebückt und dachte, na, dann trage ich ihn halt jetzt. Bis ich gemerkt hab, das hat so eine Art, wie so ein Magnet, so ein Auto, dass es direkt an meinem Fuß kleben bleibt. Und ja, dann bin ich halt ganz normal gelaufen. Das war eigentlich dann recht easy, wenn halt der Weg frei ist, ein Tor zu schießen. Ich hab mir das Match auch nochmal angeguckt. Wir hatten auch tatsächlich ein bisschen Glück, weil ich glaub, beim Stand von 5-1 oder so gab's zweimal eine Situation, wo Spandau quasi Pfosten getroffen hat. Da war der Ball wirklich so ein Millimeter vor der Linie. Und wenn die beide reingegangen wären, hätte es 5-3 gestanden. Und ich glaub, dann hätten die auch nochmal so eine zweite Luft gehabt. Ja, nochmal eine andere Moral. Aber da sind die beide nicht reingegangen und stattdessen auf die andere Seite. Und dann stand's irgendwie 7-1. Und ich glaub, das war dann natürlich auch was, da musst du dann, ist dann auch schwer die Moral. Du guckst auf die Uhr, du siehst noch zwei Minuten. Die sind jetzt schon sechs Tore vor. Das wird dann natürlich auch, ist auch so ein mentales Ding dann irgendwann. Ja, ja, ja. Das war so ein 7-1-Brasilien-Ding. Die Stimmung war echt super. Das hatte ich so noch nie erlebt. Ich hab mich halt einfach wieder gefreut, kompetitiv spielen zu können. Das, da hab ich wieder müssen, wobei, jetzt brauch ich erst mal Pause für zwei Jahre. Aber das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann, wie gesagt, Tiena, du hast ja endlich das ganze Studio-Folge gespielen und angefeuert. Nach jedem Tor kam die Regie und hat gesagt, ja, macht weiter so. Und du hast einfach 50 andere Mitarbeiter noch im Hintergrund gehört. So, so verrückt. Du wurdest sogar eingeblendet oben rechts auf einmal. Ja, stimmt. Ja, ich wollte das unbedingt gewinnen einfach. Und ich hatte halt auch gemerkt, dass dieses Momentum gerade so ist, weil der Ball ist ja auch direkt immer gespawnt. Und ich wollte immer wieder, dass ihr sofort checkt, wenn ihr ein Tor geschossen habt, sofort weiter, sofort weiter, nie sich, also, dass ihr nicht eine Sekunde euch freut über das Tor, sondern in so einen Modus kommt, wo ihr einfach nur noch funktioniert. Ball ist da, Ball ins Tor, Ball ist da, Ball ins Tor. Das war so ein bisschen, aber es war, irgendwann wusste man da natürlich auch, das ist nicht mehr einzuholen. Und dann hab ich natürlich auch ein bisschen das genossen. Die Entspannung. Also, der Druck ist dann so ein bisschen runtergefallen. Wir haben noch eine Disziplin, über die wir reden müssen. Age of Empires. Hab ich persönlich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt. Wir machen noch einmal ganz kurz Werbung und dann nach der Werbung reden wir noch mal über die Rückkehr der Weste. Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Wir reden weiterhin über Hamburg versus Spandau. Unser kleines Recap mit unseren Freunden aus Berlin beziehungsweise Leipzig mit dem Maxim und mit der lieben Masat und natürlich MVP. Chiara ist auch dabei und wird, der ja auch kommentiert hat. Wir haben eine Disziplin, aber wir haben eigentlich zwei Disziplinen noch nicht. Shakes on the Plane, wobei, das war auch spannend am Ende so, das war ja auch sogar richtig knapp. Ich glaube, bei einmal hat uns nur einmal eine Mülltonne leeren oder so gefehlt oder einmal Müll wegbringen. Sowieso, ja. Das war knapp. Ja, da gab es auch das Problem, dass, glaube ich, am Ende, in der zweiten Runde, wurde nicht gezeigt, wie Müll abgezogen wurde und da gab es dann auch irgendwie Unstimmigkeiten. Zumindest kam es so dem Livestream vor. Ich habe zusammen mit Revia gespielt und die Problematik, die wir hatten, war, also die technische Problematik, es war ja jetzt nicht wirklich schlimm, aber dass wir beide auf einen Monitor geguckt haben und dieses Glas hat uns natürlich getrennt, aber ich habe auch gar nicht gehört, wenn es Turbulenzen gab oder so was. Also ich habe nicht mitbekommen, man hört da ja so die Musik quasi oder so ein Geräusch, so ein Piepen, dass man sich hinsetzen muss und das habe ich halt alles nicht gesehen und gehört und deswegen bin ich immer auf die Fresse gefallen quasi. Aber es war witzig, die Steuerung war ein bisschen schwer. Ihr habt auf einem Rechner zu zweit gespielt, oder was? Ja, genau. Ja, das ist echt blöd. Ja, das war halt ein bisschen leichtes Handicap. Deswegen wurde meine Kamera ja auch nicht gezeigt, weil mein Gesicht halt auf den anderen Monitor geguckt hat. Ja, und dann gab es natürlich das große Age of Empires 3 Match beziehungsweise das war die dritte Disziplin im Hamburg-Versus-Spandau-Matchup und da haben Hanno und Donny zusammengespielt gegen Mara und Marco. Bei mir steht jetzt hier zu den Infos nur Bindestrich Marco rasiert halt. Punkt, 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 Punkt. Gut zusammengefasst. Ich habe tatsächlich gestern mit Marco geredet und er hat gesagt, er hat sich nur darauf eingelassen, weil Donny wohl eine große Klappe zuvor hatte die Tage zuvor. Er hat super viel gespielt und er kriegt das auf jeden Fall hin und dachte, ihr kennt Marco wahrscheinlich. Er ist sehr überzeugt von sich und dachte sich, nein, jemand mit so einer großen Klappe, die stopfe ich doch direkt. Und das hat er dann auch getan. Er hatte auch, wie Hanno ja dann auch richtig recherchiert, er hatte auch wirklich trainiert, ne? Oder nicht? Nee, er hatte einfach nur seinen Rechner angelassen. Er hat das Spiel gestartet, aber er meint, er hat seinen Rechner nur angelassen. Er hat seinen Rechner und seinen Rechner angelassen. Aber ganz im Ernst, so wie ich es gesehen habe, er hätte auch nicht trainieren müssen. Ist der Vorsprung von Marco so hoch? Ja. Kann das gar nicht so einschätzen. Das Balancing bezogen auf die einzelnen Charaktere ist halt super schwer. Also ich habe mit Marco auch sehr viel gespielt und wir haben, die ersten Games haben wir drei gegen eins gegen ihn gespielt. Dann warst du halbwegs ausgeglichen. Irgendwann waren wir halbwegs gut in dem Game und wurden irgendwie besser und dann haben wir, also für uns war es ein Erfolg, wie bei Rage of Empires mit Florentin und Donny, dass sie im zwei gegen eins gegen Marco gewinnen. So, das muss man sich auch vorstellen. Wenn Florentin und Donny einen guten Tag haben in dem Game, haben sie gegen ihn gewonnen und er durfte ja, muss ja nicht mal alleine antreten. Also ich glaube, für den Moment wäre es wirklich fair gewesen und das ist natürlich aus Hamburger Sicht ist das Wort fair halt sehr relativ, wenn er wirklich ohne Mara gespielt hätte. Ich glaube, dann wäre es Entertainment-mäßig besser, aber die Grundvoraussetzung ist ja trotzdem, sie sieht halt nicht schön aus für Hamburg, wenn die sagen, wieso müssen wir zwei gegen eins spielen? Wie gut ist denn Mara in dieser Rechnung? Das kann ich auch gar nicht einschätzen. Mara ist quasi auf einem ähnlichen Level wie Donny. Oder hier, also das, es ist, im Prinzip ist der Kampf zwischen Max und Marco dadurch halt sehr, sehr unfair, weil du hast auch viele eins gegen eins Situationen in Age of Empires, so wo du halt gegen, wenn du es schaffst, gegen zwei zu halten, hat ja einer dann seine Armee wirklich nicht zu Hause. Also man kann das Ganze schon ausspielen und das Traumszenario war eigentlich gewesen, das war schon bei der Herausforderung mit der Redaktion so, dass Florentin und Donny gemeinsam, also nochmal um Rage of Empires wieder aufleben zu lassen gegen Max und mich spielen. weil dann wäre es glaube ich komplett ausgeglichen, weil ich nochmal ein bisschen besser in Age of Empires bin und dann hätte man das Ganze sogar von Marco kommentieren lassen können. Das wäre, finde ich, das Traumkonzept, aber Florentin hatte um eine Netflix-Produktion oder sowas. Also er hatte wirklich nur in der Woche. Kennt man keine Zeit. Erkennt es nicht. Das ist halt so ärgerlich gewesen. Aber das wäre das Traumszenario, was jetzt das Balancing angeht. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Das ist wie wenn, das klingt jetzt bescheuert, wenn ich das über mich selber sage, aber wenn ich jetzt bei Quake mitgespielt hätte, dann ist das so, wenn einer ein Spiel so einen Vorsprung hat, dann ist das natürlich immer so ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Aber okay, es war dann halt einfach so, Marco hat entsprechend rasiert. Man hatte glaube ich vielleicht auch so ein bisschen drauf gehofft, dass Marco vielleicht inaktiv ist oder nicht mehr so ganz im Saft steht. Aber da ist einfach die Erfahrung und das ist einfach, das wiegt einfach so viel, dass da musst du gar nicht groß aktiv sein, weil du da einfach schon so viele Stunden gespielt hast. Der fährt dann noch auf 200 Prozent hoch. Also ich meine, gerade wenn das Vorgeplänkel mit Donnie so war, dass er sich das nicht gefallen lässt oder die große Klappe hat, ist natürlich klar, dass er dann nochmal ein paar Prozente mehr gibt. Das ist auch vollkommen fein. Also ich finde, er soll ja auch richtig try hard. Dann ist es nämlich auch für den Zuschauer attraktiv. Wie war denn die Stimmung danach? Also wie war denn Donnie drauf nach der Niederlage? Er hat es eigentlich sehr glücklich genommen. Er musste gleich wieder los. Wir konnten jetzt nicht wirklich schnacken, weil die Programmpunkte sehr, sehr schnell abgearbeitet worden sind. Aber er war sehr selbstkritisch, hat auch gesagt, dass er selber viele Fehler gemacht hat. Sie haben zwar im Interview gemeint, ja, wir haben uns auf Mara gestürzt und Mara war ja komplett verloren und Mara war wirklich verloren. Also sie hatte wirklich große Probleme gehabt, was aber auch verständlich ist, wenn man von zwei Leuten belagert wird. Und währenddessen konnte er halt Marco machen, was er wollte. Also das ist ja ein großer wirtschaftlicher Faktor in dem Spiel. Wenn du in Ruhe gelassen wirst, kommst du mit einer riesen Armee an. Das passiert halt. Aber also Donnie hat das schon Spaß gemacht. Ich glaube, man hätte schon mehr spielen wollen. Da bin ich mir sehr sicher. Wir hatten tatsächlich sogar noch eine Disziplin, das habe ich auch schon wieder ganz vergessen, nämlich die Simulatoren-Meisterschaft, kann man es ja nicht nennen, aber der Wettkampf der Simulatoren. Spandau hat Landwirtschaft gewonnen, Hamburg hat den Raketenbau gewonnen und dann gab es den Gleichstand bei der Bombenentschärfung. Das Kurioseste war wahrscheinlich auch da, dass Hanno gehen musste. Mal wieder eine andere CEO kommen musste. Und eine andere CEO kommt. Wenn es brennt, dann kommen die Chefs persönlich. Dann muss es bei uns ja richtig gut gewesen sein. Ja, genau. Und Chiara hat eine 1A-Rakete gebaut. Dennis hat sich irgendwie verirrt beim Simulator. Ja, das Problem war, wir kennen das Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob Dennis das wirklich jemals gespielt hat. Ich habe nur mal kurz bei dem Heuballenstapeln den Modus gezockt, damals zur Vorbereitung von Beef Junior. Aber irgendwie ließ sich das alles anders steuern. Ich habe eine Mischung genommen aus Tastatur, Maus und Controller, weil ich nicht wusste, wie man dieses Spiel spielt. Dennis hat dann geschafft, Neubein zu stapeln aus seinem Auto. Und dann wussten wir nicht, wohin damit. Und ich muss sagen, das ganze Team dachte, er muss zurück zum Spawn, weil da waren halt große Tore. Das winkt so nach Ziel gerade. Aber die Kommentatoren, wie jetzt Maxim, ihr wart ja ein bisschen überrascht vor unserer Dummheit. Ja, aber das war natürlich Entertainment wieder auf höchstem Niveau. Natürlich. Das muss man dazu sagen. Also es sieht natürlich wirklich blöde aus und ich glaube, es ist ja cooler gewesen, wenn das enger beieinander ist. Also gerade, wenn es wirklich zu diesen komischen, filigranen Momenten kommt, weil Max hat mir beschrieben, es ist wirklich ziemlich scheiße, diesen Stapler da zu bedienen. Also diese Gabel, da wirklich halbwegs ordentlich zu platzieren, weil du musst irgendwie die rechtlich gedrückt halten und dann hast du glaube ich seitlich rotiert. Und wenn du seitlich rotierst, dann geht die hoch oder so. Also es ist irgendwie richtig weird. Deswegen kann ich das verstehen. Also es klingt komisch, wenn du sagst, Maus-Tastatur und Controller brauche ich. Aber so hat sich seine Beschreibung angehört. Ja. Als er erklären wollte, wie das funktioniert. Also wirklich, es ist nicht einfach, das Spiel. Ja. Was war bei der Bomb-Menschärfung? Wie kann es da zu einem Gleichstand kommen? Es gab halt mehrere, also es gab zwei Bomben und die hatten verschiedene Bauteile gehabt. Also es gab irgendwie fünf Bauteile, die dann entschärft werden müssen und beide Teams haben dementsprechend nur eins entschärft, weshalb es dann zum Unentschieden kam. Also beide Bomben sind explodiert, aber beide konnten ein Modul entschärfen von den fünf. Deswegen kam es dann zum Unentschieden. Weshalb es dann auch zum Unentschieden kam, also zum Stechenspiel mit Fußball kam, weil eigentlich wurde es ja so ausgelegt, dass es einen klaren Gewinner geben wird nach der letzten Runde nach Gangbeast. Aber dann kam es ja immer noch zu Gangbeast Fußball und mir wurde von Maxim vorher dann noch gesagt, ja, also wenn es jetzt zum Unentschieden kommt, dann werden wir Schere, Stein, Papier spielen. Und zwar die beiden Caster und ich dachte so, um Himmels Willen, das darf nicht passieren. Ich werde jetzt nicht die gesamte Last von Hamburg auf mich tragen in Schere, Stein, Papier. Können wir das einfach mal testen, wer gewonnen hätte? Können wir das mal einfach spielen? Ja, das fände ich jetzt aber auch gut. Einfach nur, dass wir in einer Paralleldimension wüssten, was passiert wäre. Ich sag, wie, der hätte den Stein genommen. Du hast den Stein genommen? Es gibt ja verschiedene Varianten. Ja, ich glaube, der Stein ist doch ein Klassiker. Ja, der gute alte Stein. Ja, einfach nur wegen der Simpsons. Ja, Memes, ne? Aber es wäre ja best of free gewesen, oder? Die Schere, Stein, Papier Idee wurde dann, die war quasi das Konzept vorher, weil es wurde reaktionell eine Sache nicht bedacht. Es war in irgendeinem Spiel davor gab es ein Unentschieden. Ja, das waren die Simulatoren. Das war, 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 genau, stimmt. Die Bombe selber war das Problem. Ja, die Bombe selbst war das Problem. Es hätte einfach ein Team da gewinnen müssen, damit dann irgendwie zwei Punkte mitgenommen werden. Ja. Hätte wahrscheinlich einfach noch eine Runde spielen müssen. Aber bei Team Fortress gab es doch auch Unentschieden. Das war ja mit eingekalkuliert. Naja, gut. Also, auf jeden Fall, finde ich, kann man abschließend sagen, dass das ein richtig geiles Event war. Und wenn man sich so das Feedback aus den Communities anguckt und so, auf jeden Fall Auftrag erfüllt. Denn die Leute sind richtig mitgegangen, haben richtig Bock gehabt. Und ich glaube, man hat auch was gestartet, was man in Zukunft wieder irgendwie beleben oder befeuern kann. Dann auch mit den Learnings, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, aus was zu Teamzusammensetzung, Disziplinen und so weiter angeht. Aber war das, glaube ich, ein richtig geiles Event und hat auch auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Kann ich bestätigen. Ja. Gut, dann sind wir jetzt auch schon am Ende mit der Zeit. Vielen Dank, dass ihr alle Zeit hattet, hier mitzumachen, dass ihr auch so toll mitgespielt habt bei Hamburg vs. Spandau. Wenn ihr Hamburg vs. Spandau noch verpasst habt, ihr könnt natürlich alle Folgen noch bei uns auf dem YouTube-Kanal angucken und nachholen, wenn ihr gar nicht wisst, wovon wir gerade geredet haben. Da ist die geballte Emotion nochmal abrufbar. Vielen Dank, Masat, vielen Dank, Chiara, vielen Dank, Wirt, Maxim und vielen Dank euch. Das war's mit Almost Daily. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily. Untertitelung des ZDF, 2020